Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Erste Station. Einleitungsgebet. 14. April 2000. Mutter Gottes, meine Kinder, geht mit Jesus und mit mir den Kreuzweg und vereinigt euch in Liebe mit ihm im Mysterium des Leidens. Betet so mit vereinigten Herzen mit ihm den Kreuzweg. Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Trotz des ungerechten Urteils von Pilatus beharrt Jesus ruhig auf der Wahrheit. Denn Jesus selbst ist die Wahrheit. Haltet euch bei euren Entscheidungen, auch in schwierigen Situationen in eurem ganzen Leben, an die Wahrheit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte fülle uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken. Deine Liebe ist flammiert und in der Stunde unseres Todes. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und in aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt das schwere Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus nimmt bereitwillig mit hingebungsvoller Liebe zum Heil der Menschen das Kreuz auf seine Schultern. Euer Kreuz tragend könnt ihr echter Nachfolger Christi sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesfamme jetzt und in der Schöne. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus. Erbarme dich, unser. Und hilf den Armseelen im Fegefeuer. Dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Allein der Satan freut sich über den Fall des Menschen. Ihr könnt von dem durch die Sünde verursachten Fall leichter aufstehen, wenn ihr auf Jesus und durch ihn auf den barmherzigen Vater blickt. Denn dann richtet euch die Liebe Gottes wieder auf. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde. Und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auf jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Erlöser, erbarme dich unser. Und hilf den Armseelen im Fegerfeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Das scharfe Schwert des Schmerzes bot sich in mein unbeflecktes Herz, während sich mein Blick mit dem meines göttlichen Sohnes trifft. Dieser vielsagende Blick Jesu und auch der meiner trägt das tiefe Geheimnis des Mitgefühls und des Miteinanderleidens in sich. Blickt im Leiden auf mich, auf eure Schmerzensmutter. Ich stärke euch. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken. Deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon von Zirena hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus lässt sich von anderen helfen. Wir müssen lernen, die Hilfe demütig anzunehmen. Helft einander mit Liebe. Und nehmen das hilfsbereite Wohlwollen eines anderen Menschen an. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, wie im Anfang, wie auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuze ich, der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station Veronika, reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Auch wenn die Hilfe nur gering ist, die hingebungsvolle Liebe tröstet immer die Seele. Helft euch stets gegenseitig mit Liebe Entschuldigung. Helft euch stets gegenseitig mit Liebe und in guter Absicht. Dann werdet ihr in eure Mitmenschen Jesus erkennen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken in deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und in aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Aufgrund der Erschöpfung, die Quälen zu Boden drückt, wird der Kreuzweg immer schwerer. Habt keine Angst vor den Lasten und den Leiden, die euch erwarten. Fast Tag für Tag neue Mut in Liebe und in der Bereitschaft zu Buße. Damit tragt ihr das Kreuz des Alltäglichen. Lebens. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzig, der Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf, den arm Seelen im fähigen Feuer. Achte Station Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Das Weinen bringt der Seele oft große Erleichterung. Vergiss Tränen der aufrichtigen Reue. Vermüht euch in dem Maße, in dem ihr die unendliche Liebe verletzt habt, Genugtuung zu leisten. Und diese Reue wird euer Herz zu großer Liebe entflammen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Gekreuzigte, Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im fähige Feuer. Neunte Station Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus fällt auch zum dritten Mal unter der schweren Last des Kreuzes. Doch er steht wieder auf. Auch ihr fallt immer wieder in eure Sünden zurück. Gebt aber denen noch den Kampf gegen die Sünde und das Böse nie auf. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser frägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gewinne Deit unter den Weibern und gewinne Deit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken in deiner Liebesklammer jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so oft, jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich, unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zehnte Station Jesus wird seine Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der heilige und makellose Gott Mensch sühnt die Sünden der Schamlosigkeit, des Fleisches und der Unmoral, welche die Menschen in Gedanken, in Worten und durch ihr Handeln oder durch ihre Blicke begehen. O wie groß ist doch der Sünder im Fuhl der Menschheit. Strebt nach einem heiligen Leben, nach der Reinheit des Leibes, der Seele und des Geistes und vereinigt euch so mit dem Sühneopfer Jesu. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit es die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Die Qualen der Kreuzigung erleidet Jesus aus Liebe zu euch, um die Sünden der ganzen Menschheit zu tilgen. So sünder er mit seinem Gehorsam den Ungehorsam gegenüber Gott. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken. Deine Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zwölfte Station Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod des Gott Menschen brachte der Menschheit den Sieg über den Tod. den Trumpf des neuen Lebens die Freude der Auferstehung. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Dünne, du beflühte die ganze Menschheit mit dem Gnaden wirken deiner Liebes Flamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so auch jetzt und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den arm Seelen im fege Feuer. Dreizehnte Station Jesus wird in den Schoß seiner jungfräulichen Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Als leidende Mutter stand ich am Kreuz meines göttlichen Sohnes und wurde in allem ganz eins mit meinem Jesus. Mein Herz blutete vor Schmerz, mein mitfühlendes Herz zerbrach fast, als ich meinen Eingeborenen in den Arm hielt. Vater Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Tores. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist wie im Anfang, so jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im fege Feuer. Vierzehnte Station. Jesus wird in das Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Der Tod ist nicht die letzte Station. Der Tod des Menschen ist ein Übergang in das ewige sein sein in das ewige glückselige Leben für all jene, die sich für Gott entscheiden und die bis ans Ende standhaft ausharren. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte führe und Sünde und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deine Liebesklamme jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigte Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegerfeuer. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kind lieb uns allen deinen Segen gib. Amen.